Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Beyond Good and Evil. Gut, wir sind wieder mit Double H vereint. Zentraler? Muss ich wieder in den Zentraler? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Hm... Da werden die Opfer durchgeschleust. Gehen Sie vor, Stühle in den Rückendeckung. Vergessen Sie nicht, ein Bild zu machen. Okay. Dann versuchen wir das doch mal. Du siehst eigentlich relativ alleine hier aus. Hey, hey, alles klar? Alarm! Alarm! Auf! Respektiere das Heimteam. Kapitel 12. Bitte Erlaubniszone zu säubern. Bestätigt. Alarm! Okay, das komme ich gar nicht mehr schlecht, wenn ihr da gerade aufgehalten werdet. Okay, gut gemacht. Der, äh, ähm, macht es ja echt gut hier als... ...als Dings... ...so, ein Foto haben wir schon mal. Zwei fehlen noch. Nichts Besonderes. Nichts Besonderes. So, gut, die Dinger haben wir schon fotografiert. War's das? Was? Ich glaube, sonst geht es hier tatsächlich nicht großartig weiter. Na du? Gut, das wäre dann das. Irgendwo entlang? Ah ja, okay. Dann wird's wieder raus. Hm. Ich weiß ja nicht. Warte mal, hast du irgendwas zu sagen? Äh, konntest du die Haupthalle finden? Positiv. Es gibt drei perfekte Beobachtungspunkte. Also, wir müssen... ...einen Weg zu den anderen beiden finden. Alles klar. Da ging's ja dann... Aber kommst du da eigentlich auch wieder mit? Ne, ich kann gar nicht mehr zurück. Ich schätze, wir müssen wirklich wieder hier... ...hier raus. Also, das war jetzt Beobachtungspunkt 1. Hm. Karte. Ja, ich glaube, wir müssen tatsächlich jetzt wieder raus. Da gäbe's Speicherpunkte. Da gäbe's noch zwei Perlen. Und noch Tiere, die ich noch nicht habe. Na ja, kommt der vielleicht noch. Hm. Aber wo soll ich denn jetzt hier noch hinfahren? Wo soll ich denn hier noch hinfahren? Ich schätze, wir müssen echt erst mal... Vielleicht hat sich mittlerweile hier irgendwas geöffnet. Ich meine, du bist jetzt auch wieder hier... ...zielstrebig rausgerannt. Klatsch. Na, werden wir wieder bei euch, ne? Dann werden wir wieder bei euch. Hier hat sich auch nichts geändert, oder? Darum ich vielleicht spät... Oh, da warte mal. Ah, ist hier was? Ah, guck mal. Ah. Das kann ja was werden. Ich versuch mich da... Ey, die ziehen mich an, die Schweine. Nicht ausser dann an. Geht das mit dem Durchmanövrieren? Tatsächlich einigermaßen gut. Nein, 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 nein. Gut, manövrieren wir uns halt dadurch. Ich hoffe mal, hier geht's weiter und es ist nicht noch irgendwie... Ja, doch, sieht aber so aus. Ähm. Konto-Identifizierung. Konto-Identifizierung. Eine Büchse Carbabs stellt die Lebensenergie vollständig. Ein S.O.D. Ein Starkos stellt ein Herz der Lie... Ein S.O.D. Set stellt die Energie des Fahrzeugs komplett wiederher. Ja, nehm ich aber noch mit. Ein Starken die Reparat... Eine Büchse Carbabs stellt die Lebensenergie vollständig wiederher. Ja, ich denk, das wäre es fürs Erste. Die Reparatur S.O.D. stellt einen Schlüssel der Fahrzeugenergie wiederher. Hier geht's natürlich weiter. Ah ja, Ostflügel, sehr schön. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Also hier waren wir sicherlich noch nicht. Ich kann mich nicht erinnern, da durchgewuselt zu sein. Hm. Okay. Möchtest du da mal durchbrechen? Na komm. Da tut sich erstmal nix. Wie gesagt, da durchbrechen wäre vielleicht so eine Idee, ne? Schade. Aber da konnte ich mich hier gerade irgendwo... ...dranpacken. Ich geh mal grad noch mal neu rein. Hier wäre ja gerade die Möglichkeit, ne Aktion durchzuführen. Also dass er durch dieses Ding da durchbricht. Genau das. Ja, super. Hast doch eine super Aktion machen können. Aua, das war dumm. Aber wenn du jetzt eh erstmal... Ja, du kannst einfach durchrennen. Beschädigt bist. Hauen wir dich mal weg. So, Ruhe. Kann ich Ihnen helfen? Ja, du kannst gleich da nochmal hin. Ich will jetzt erstmal speichern. Okay. Dankeschön. So, und dann würde ich sagen... Da ist ja erstmal zu. Gehen wir mir hier raus. Oh. Wie werde ich die strahlen los? Ah, warte mal. Okay. So nicht. So schon mal nicht. So schon mal nicht. Gut, was gibt's hier so für Möglichkeiten? Gar nicht mehr so viele. Wie mir scheint. Muss doch hier mehr möglich sein, als einfach nur zu speichern. Oder man kommt halt von der anderen Seite. Dann hab ich hier wieder einen Eingang übersehen. Also, beziehungsweise muss ich einen anderen Eingang nehmen. Ich seh jetzt tatsächlich gerade keine Möglichkeit, weiterzukommen. Außer... Wir klettern hier hoch. Alles klar. Wir haben wieder mal getrennt. Und... Wieso drehst du dich denn um? Äh, das wird jetzt stressig, Kollege. Okay, hier kann ich mich zurückziehen. Und das war's. Mist. Da war schon wieder die hefte Lebensstrategie von dort. Herr, bitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Bestätigt. Ja, säuber du mal. Zone gesäubert. Alles klar. Dann dreh dich um und verzieh dich. Genau. So, so etwas doch gleich haben können. Warum musst du dich ja noch umdrehen? Bleib mal hier und guck diesen Schalter an. Das ist nett. Okay. Dachte ich mir schon, was ist der getimed ist. Aber hat der zum Glück noch gerade so gereicht. Booster starten. Drei, fünf, vier, drei, zwei, eins, drei. Boost. Nett. Und... Noch ein Boost. Dankeschön. Sehr freundlich. Okay, von hier oben kann ich schon mal nichts ausrichten. Ich gehe trotzdem mal geduckt. Sicher ist sicher. Ah, hier bin der Leiter. Kriegst du das mit, wenn du angeschossen wirst? Wahrscheinlich. Aber die anderen sollten ja eigentlich weit genug weg sein. Hey, hey, alles klar? Ich muss mich, glaube ich, vorbeischleichen. Ich befürchte, ich muss mich ja schon wieder vorbeischleichen. So, sind die... Oh, das hätte man doch auch mal speichern können. Das hätte man doch auch mal speichern können. Gut, dann versuchen wir das mit dem Schleichen. Nein. Wie drehst du, Gunnar? Und du sollst jetzt eigentlich, glaube ich, wieder hier rüber drehen? Jawohl. Dann dreh dich bitte noch mal weg. Dankeschön. Da ist zu. Ich schätze mal, wir müssen jetzt hier weiter. Okay. Wie soll ich da an denen vorbeikommen? Ah, ich könnte versuchen, da hinten rüber zu kommen. Hinter die Kisten und dann von da gucken, dass ich die beide wegballern kann. Wenn sich da mal was ergibt. Schnell, 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 schnell. Dankeschön. Dankeschön. Das sollte theoretisch reichen, dass ich da gleich mal dran vorbeischlüpfen kann. Jep. Sehr schön. So, da wäre ein Aufzug. Da will ich noch nicht rein. Ich muss mir erst mal das Zeug hier holen. Danke, danke. So, da ist zu. Da geht es erst mal nicht weiter. Da bräuchten wir einen Schlüssel für und da eine Sicherung. Normalerweise habe ich keine Sicherung. Okay, dann müssen wir uns irgendwo noch eine Sicherung holen. Wahrscheinlich ja dann da oben, wenn wir den Aufzug nehmen. Schätze ich jetzt einfach mal. Ah gut, hier könnten wir auch noch weiter, sehe ich gerade. Hm. Mach das in diese Kiste mitzunehmen, wahrscheinlich, oder? Ah, weil ich jetzt ohne Sicherung hochklettern kann. Alles klar. So, achso, bevor wir dann hier Schaden kriegen. Sehr gut. Ich bin nicht mal gespannt, was das da hinten wird. Das schauen wir uns allerdings in der nächsten Folge erst an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao. Ciao.